Ich nehme euch wieder mit in den Zug. Heute fahre ich mit dem RE8 von Hamburg nach Lübeck. Auf der Strecke gibt es eine Weichenstörung, deshalb starte ich heute ausnahmsweise mal nicht am Hauptbahnhof, sondern in Hamburg-Tonndorf. Dafür kann ich richtig schön filmen, wie der RE8 hier einfährt. Der Zug ist vergleichsweise leer, in der ersten Klasse bin ich fast alleine. Die Fahrt nach Lübeck dauert eine knappe Stunde und ist insgesamt sehr entspannt. Der Zug ist mit WLAN ausgestattet und das funktioniert auch sehr zuverlässig. Noch ein kurzer Blick aus dem Fenster und dann kommt der Zug im wunderschönen Lübecker Hauptbahnhof an.